So, liebe Schüler der 4A, wir werden heute mit der 4C gemeinsam Sport machen. Was? Mit der 4C? Ja, mit der 4C. Die sind aber nicht so nett. Ey, Wallabilla, die Lage, gib mir den Bild, du kleine Kach. Wir sind 4C. Rauchen, Shisha, BMW. Ach, du heiliger Schimpanse. Wallabilla, guck mal, was ist das für eine Klasse, Alter? Juhu, Schüler aus der 4C, wo ist denn eigentlich euer Lehrer? In das Klasse, wir haben eingesperrt. Ähm, wieso? Wallabilla, er hat, ähm, weil's lustig ist, deshalb haben wir ihn eingesperrt. So, Schüler, wir spielen jetzt Völkerball, aber bitte nicht zu doll schießen, ja? Soll ich schießen? Jawoll, Wallabilla, schieß auf ihr Kopf. Okay, tamam. Ey, Polizei, Körperverletzung, schnell. Ein Veganer weniger. Sag mal, spinnst du, das ist meine Schülerin, das ist Körperverletzung. Ich werde dich anzeigen. Bitch.